hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video zu dead by daynight und ja schon lang gewöhnen an dieser neuen grafik hier weil ich spiele gerade dbd in der mitte von meinem monitor weil ich jetzt drei habe und nein ach sie wurde gesehen also ich muss das licht hier umstellen weil ich sie richtig das ist eine kiste oder ich bin das also vom geräusch nicht dass er diesen aber jetzt kann ich ein bisschen besser sehen naja kommt von der farbe ab felix ist dieses neue wegel eigentlich schon aus nur mal gucken und das haben die auch ihren not kleiner scherzbeutel so hmm Naja, auch krass. Wir haben ihn nur einmal an uns vorbei rennen sehen, den Trickster, das ist so. Das ist so. Da oben. 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 ok ja nice 12 12 12 15 15 15 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 23 24 23 24 25 25 25 25 25 26 26 Jetzt müsste es ja weg sein. Hm. Der mit seiner Taschenlampe. Schön. Boah, das wird ja wirklich hier weggeschnitten. Zwei. Und schön war es zu sein. So. Naja, ich hoffe es hat euch gefallen mit dieser Runde von Adam Francis. Und wir switchen gleich mal zum nächsten Überlebenden. Aber das in einem nächsten Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! schimm's Euro gut er s Bis zum nächsten Mal.